Was ist das für ein Kommunikationskanal? Ach, ich bin angetreten, um Spaß zu haben und genau das habe ich bekommen. Diese Menge Spaß. Das war oft anstrengend, aber der Spaß hat immer überholt. Was ist das für ein Kommunikationskanal? Das ist ein Kommunikationskanal, den ich inzwischen mitbedienen muss. Einmal angefangen, immer dabei. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel dann plötzlich ein Foto von einer Kundin, die wirklich auch bei uns in der Bibliothek Kundin ist. Ich stehe gerade vor einer Bibliothek. Und hinterher erzählte sie, ich wusste nicht, wem ich das schicken sollte, mein Foto. Da habe ich es der Bibliothek geschickt. Und ein anderes habe ich hier in der Hand. Dieses Facebook Marketing für Einsteiger ist ein Buch, das ich am Anfang gelesen habe, das mir auch wirklich geholfen hat. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist vergriffen. Und ich habe noch nie einem Autor geschrieben. Und über Facebook habe ich ihn angeschrieben und gefragt, wie schaut denn das aus? Gibt es das nochmal? Und er hat sofort geantwortet. Also es sind neue Kommunikationskanäle, die man einfach bedienen muss. Und dann habe ich mich ein paar Wunden gemacht. Und dann habe ich jetzt vielleicht in der Tat und ich in der Tat.